Das war einfach nur ein bisschen Essen. Ach ne, das sind Zigaretten. Oh, da haben... Ja, natürlich. Die haben zwar keine Zeit hier, die Infektionen zu bewältigen. Oder nicht Infektionen, das sind ja außerirdische Spezien zu bewältigen. Aber fürs Kiffen haben sie natürlich immer wieder Zeit. Ich habe immer Angst, dass die Typen gleich immer wieder aufstehen und mich versuchen zu töten. Aber ich hoffe einfach mal, dass das bei dem nicht der Fall ist. So, also wir speichern hier erstmal wieder. Damit, falls er jetzt doch aufwacht, damit wir doch wenigstens gleich hier wieder aufstehen, will ich mal sagen. So, und dann gehen wir mal da hin und gucken, ob irgendwas... Oh mein Gott, was ist los, was ist los, was ist los? Nein, ich wollte... Okay, mit dem. Ich denke nicht, dass er noch aufwacht, sonst hätten wir da ihn abschließen können. Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Tamper. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Käpt'n starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoff-Lag und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denn was und ich werden versuchen, das Treibstoff-Depot zu erreichen und das Leck zu reparieren? Tempel out. Ach du, meine Fresse, meine Fresse, ey. Wenn das so weiter geht, dann bekomme ich hier noch einen Herzinfarkt, ey. Mein Gott. So. Wir gehen hier durch die Tür und was ist das? Wieder mal relativ, relativ dunkel. Aber so schlimm ist das ja nicht. Da haben wir ja auch eine Taschenabee eingebaut. Oh mein Gott, nein. Komm schon, das ist doch, das ist doch assi von euch. Ich hoffe, ach, das sind nur Anzüge. Ja, gut. Oh, hier ist irgendwas hinter, hier ist irgendwas hinter. Irgendwo. Was zum Engel ist hier los? Es ist Engel ist Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich. Seine eigenen Zähne. Oh Gott, ist er tot? Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Oh, komm schon. Mein Gott, ey. Das ist so assi von euch, dieses Spiel. Wow, what the fuck? Komm, ich bin so das einzige Spiel und nicht, dass hier hinter mir noch eins kommt. Ey, geil. Echt geil, man. So. Hier, das heben wir auch mal wieder auf. Oh. Gott. Die Werkbank. Ja, hallo. Nee, an der Weg, an die Werkbank auch, obwohl, ich will ja doch, ja, doch, ich geh mal an die Werkbank, an den Textloch an. Nee, der muss mich nicht unbedingt reinziehen. Tschüss. Und dann gucken wir mal, was wir an der Werkbank machen können. Oh. Ich würde da hier mal den, ganz gerne, ganz gerne, ganz gerne, würde ich ja mal hier das Impulsgewehr ein bisschen aufwerten. Und ich hab keine Ahnung, was die einzelnen Teilen bringen. Kapazität. Ja, dann nehmen wir mal Sharn, ne. Wir haben drei Knoten. Keine Ahnung. Grenzender Knoten entdeckt. Anfragen kann ich auch. Ah, okay, dann müssen wir erstmal hier hingehen. Ja, wieso. So. Knoten. Und dann können wir hier auch den Schaden weiter ausbauen. So. Gut, das wäre jetzt erledigt. Erledigt. Nein, an die Werkbank wollen wir jetzt nicht nochmal. Wir gehen lieber durch die Tür hier. Und dieses, dieser Kollege, der wird da wahrscheinlich auch gleich wieder aufstehen. Oh. Hallo. Hallihallo. Mein Gott. Das ist doch nicht euer Ernst. So, wo bist du? Ich hab dich doch gesehen, du Sau. Was ist das denn hier? Medizinpack. Das ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir hier wenigstens auch mal ein paar Medizinpacks hier rumliegen haben. So. Gut, dann gucken wir mal, was es hier gibt. Ja, hallo. Hallo. So, das wär's gewesen. Jedenfalls mit ihm. Aber das war nicht der Kollege, den wir da unten gesehen haben. So, ja, wir müssen hier lang. Hier haben wir auf jeden Fall wieder so... Haben wir auf jeden Fall wieder so einen kleinen Schrank, wo man Sachen auch bewahren kann. So, wir gehen jetzt aber hier erstmal an diese Station ran. Und lassen das Ganze hier runterziehen. Ähm, runterziehen? Runterziehen? Hallo? Nicht? Runterziehen? Okay. Ähm. Ja, hallo. Was sind das denn hier für kleine Dinger? Stirb. Stirb. Ich kippe halt um. Was sind das für viele? So. Ach, mein. Ja. Ne, ist hier irgendwas? Hallo? Nein? Ja, geil. Ob wir hier überhaupt hin müssen? Egal. Ist doch egal. Was ist das denn für mir? Ob der hier jetzt auch wieder... Ob der uns bemerkt? Kommt nix. Was ist los? Wieso macht er nix? Fängt er da fest? Oder was ist los mit ihm? Ähm. Ja, halli hallo. Ob ich da rein will, ist ne... Ist ne Frage, die... Ihr euch eigentlich... Selbst beantworten könntet. Jetzt fall halt um. Stirb jetzt. So, danke. Aber hier wollten wir gar nicht hin. Falls wir hier schon waren. Hier haben wir nochmal ein bisschen Geld. Und hier... Haben wir das nicht schon aufgemacht? Wieso? Hm. Merkwürdig. Egal, wir speichern lieber nochmal. Ähm. Annehmen. Und drücken auf Ja wieder. Und ich würde gerne mal wissen, wie viel Kapitel das Spiel hat. Weil... Ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel noch aushalte, weil das extrem krank ist. Es ist so... Krass... Derbst krank. Was? 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 Was leuchtet hier so rot? Okay. Was, 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 was? Ja, ja. Okay, Mann. Lass mich in Ruhe, ey. Gott. Die Tür, die öffnen wir wieder. Und ja, Teamwork. Das ist immer so krass, ey. Teamwork. Wir sprechen von Teamwork. Und ich bin hier der Typ, der ganze Zeit alleine durch dieses derbes Schiff läuft, ja. Und mein Kollege, der steht irgendwo, macht jetzt seine komische Arbeit, ja. Die uns eh nicht sonderlich hilft. Und die machen hier so ein Plakat von Teamwork hin. So, wir müssen hier hin. Wohl auf jeden Fall so gesagt. Störung Chinese. Chinese benötigt. Ach, okay, gut. So. Und ich hoffe, jetzt können wir auch das Ding da oben aktivieren. Mal gucken. Ne, können wir nicht. Aber wieso nicht? Hm. Runterziehen. Ach so, okay, wir müssen das hier runterziehen einfach. Tanksequenz aktiviert. Ach, okay. Das war die ganze Zeit damit gemeint. Ne, das war das Falsche. Ich will jetzt mal hier wieder Stase-Packs benutzen. Ach, da, ja, da lädt sich unsere Stase-Energie auf. Was ist ziemlich gut, ne? Weil, falls jetzt hier wieder ein Gegner kommt, dann können wir nämlich erstmal einfrieren. Und wir fahren jetzt hier schnell runter, bevor hier irgendein Vieh kommt. So, ganz einfach und weg, schnell. Tschüss. Hoffentlich krabbelt mir hier jetzt nicht auf dem Weg irgendwas entgegen. Es ist aber, ich denke mal, aber es wird so sein, da es auch hier extrem neblig ist. Und das wäre eine perfekte Stelle. Ja. Ja, hallo. Oh mein Gott. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh, scheiße. Oh nein, 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 nein. Oh, fickt euch einfach. Geh weg. So, verzieh dich, verzieh dich. das war dann eben ja oh Gott das ist so assi scheiße schwer aber wir sind da keine Pussys und lassen uns von sowas aus der Ruhe bringen wir versuchen es einfach gleich noch einmal jetzt wissen wir ja was da hinten auf uns zukommt das hier drehen wir mal wieder und dann geht es wieder los so ich trinke nochmal schnell einen Schluck bevor es da hinten wieder richtig zur Sache geht so und jetzt geht es auch los schon doch können wir da hinten noch keinen sehen also können wir auch noch keinen abschießen und da kommen sie schon so dann ballern wir hier erstmal allen das Bein weg können wir wenigstens nur krabbeln so und dann sind sie auch nicht mehr ganz so gefährlich für uns so und oh Gott ich hätte das Strasenverkehr einigen sollen so verzieh dich so nochmal rein dampsen einfach oh Gott eh nochmal nochmal dampsen richtig weg jetzt sterbt halt irgendwann mal aber das gibt es doch nicht jetzt gibt es um gibt es um oh mein Gott das Spiel ist doch so scheiße Mann ich habe so keinen Bock mehr auf den Kack also da müssen wir wohl ein bisschen taktischer angehen gucken wir erstmal nach wie viel Lehm wir haben so und so haben wir die Kamera wenigstens gut dann nehmen wir mal hier ein Ding von denen und dann nochmal ein Starzer Pack Munition wird wohl reichen für den Anfang da haben wir nochmal nach gehen hier auf die erste Waffe drehen das nochmal und jetzt kann es losgehen